In das andere Semifinale ist es ein Tag zu sein. Noch einmal dieser gefühlvolle Kopfball an die Oberseite der Lato. Hütter. Die Linzer spielen sehr geschickt. Weitschuss von Medlitzki. Und da hat Otto Konrad einige Probleme. Und Otto Konrad registriert es mit ein bisschen Verwunderung. Artner. Ruhs hat sehr viel Platz. Sucht eine Anspielstation. Findet keine. Und schießt Tor. 1 zu 0 für den Lask. In der 42. Minute. Ein Gewaltschuss von Kurt Ruhs. Und entsprechende Begeisterung bei Mitspielern und Ersatzleuten. Noch einmal. Genau trifft er den Ball und überrascht Otto Konrad. 1 zu 0 für die Linzer. Hier die Bestätigung. Die letzte Chance vor der Pause haben die Salzburger. Kozian, der sich heute nicht wie gewohnt in Szene setzen kann. Und wieder ein Kopfball von Mladenowitsch. Hermann Stadler war nicht der Schuldige der Unglücksrabe. Bis jetzt in diesem Spiel ist Mladenowitsch 1 zu 0 für die Linzer. Der verletzte Jurcevic neben dem Sohn von Otto Baric nur auf der Tribüne. Er soll für neuen Angriffsschwung sorgen, nämlich Ralf Hasenhüttl. Doch Aktionen gibt es zunächst in der zweiten Hälfte nur an der Seitenlinie. Skotschig erregt, Baric erregt. Und auch die beiden Herren haben keine Freundlichkeiten füreinander übrig. Hochmeier und Hasenhüttl. Und dann kommt er endlich. Heimo Pfeifenberger. Endlich ist er wieder dabei. Aber spielbestimmend jetzt immer mehr die Linzer. Ramosch, Medlitzki und ein toller Schuss an die Latte. Da werden bei Otto Konrad Erinnerungen an das 0 zu 1 machen. Sascha Medlitzki, berühmt für seine Weitschüsse. Da hat er wieder einmal fast getroffen. Die Salzburger kommen jetzt einfach nicht mehr richtig ins Spiel. Ramosch gegen Fürsthaler. Konrad, was für ein Fehler. Auf dieses Tor hat er gegen den FC Linz ein berühmtes Kopfballtor erzielt. Und jetzt dieser katastrophale Fehler. 2 zu 0 für den Lask nach diesem Fehler von Otto Konrad. Ein unglaublicher Schnitzer. 2 zu 0 aber jetzt für die Linzer. Hier noch einmal. Fürsthaler berührt als letzter den Ball. Konrad verfehlt ihn. Und der Linzer ASK führt mit 2 zu 0. Er kann es nicht fassen. Die Linzer Zuschauer aber jubeln über einen 2 zu 0 Sieg gegen den Tabellenführer Salzburg. Das ist ja dieses Tor, wo Sie das 1 zu 1 erzielt haben. Das Tor des Jahres. Was war es denn heute? Der Schnitzer des Jahres. Nein, ich glaube solche Fehler sollten normalerweise in der Karriere nicht oft vorkommen. Aber sie passieren ganz einfach. Ich glaube Torschütze wurde mit der Didi Ramosch genannt. Ich sage es, dass der Rausensiegel Nummer 23 war. Also kurz davor, ich glaube vorige Woche, die Rausensiegelinne. Und der Ball ist sich versprungen. Das passiert leider Gottes. Das ist leider Gottes die nüchterne Analyse von dem Ganzen. Als Sie abgezogen haben bei Ihrem Torschuss, haben Sie geglaubt, dass er sich fast in die Kreuze gesenkt? Nein, das glaubt man nie. Ich glaube, ich habe nur gehofft, dass ich nur nicht triff und so und es hat alles zusammengepasst. Was haben Sie nachher geglaubt? Sie träumen? So ungefähr. War es vielleicht auch ein bisschen der verschossene Elfmeter, dass der ein bisschen einen Knacks versetzt hat, der Mannschaft? Ja, sicher hat der Elfmeter, der Elfmeter muss eine Mannschaft, unser Format realisieren. Ich will immer, dass dieser Elfmeter ist geschossen, nicht platziert. Dieser Elfmeter hat sicher Unruhe gebracht, aber ich glaube, das konnte man noch immer etwas in zweiter Halbzeit mehr tun, aber wir haben dann nie genug gemacht. Noch einmal Gratulation Lask. Einfach, Lask war besser. Salzburg bleibt trotzdem noch bis morgen an der Tabellenspitze. Der Lask auf Platz 5, Lask hat aber auf Austria und Sturm nur noch zwei Punkte Rückstand. Rapid hat morgen mit einem Sieg gegen den FC Linz, also die Chance, erstmals im Frühjahr die Tabellenführung zu übernehmen. Alle vier Spiele morgen ab 15.30 Uhr...